Also wenn Sie jetzt näher auf das Bild zoomen würden, was jetzt aber nicht geht, ich weiß es aber auch so, dann würden Sie sehen, 80% sind der jungen Männer und 80% sind schwarz. Sie kommen also aus der Sub-Sahara-Afrika, untermischt mit einigen Marokkanern und der Algerien. So, und wenn Sie sich Ihre Herkunftsländer anschauen, dann sehen Sie, die meisten kommen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Und wenn Sie sich Ihre Bildungsbiografie anschauen werden, dann werden Sie sehen, die meisten haben nicht einmal das Bildungsequivalent eines deutschen Hauptschulschlusses. Und wenn Sie sich Ihr weiteres Los anschauen, dann werden Sie sehen, 80 bis 90% werden in der Schweiz, in Österreich, Deutschland landen. Vielen Dank.